In dieser Kultur haben wir das Weibliche, die Frauen, immer mutigt, wirklich wild zu sein. Wild, sehr feurig, aber absolut mitfühlend. Denn das sind keine widersprüchlichen Eigenschaften eines Wesens. All diese Dinge kommen zusammen. Also so kommt das Leben und sie ist einfach reines Leben, ungezähmtes Leben. Einfach Leben in seiner feurigen, höchsten Möglichkeit, aber ungezähmt. Nun, Devi wurde immer auf einem Tiger reitend dargestellt, nur um zu zeigen, dass sie nur ein Phänomen ist, nicht etwas, das du benutzen kannst. Und so ist das ganze Leben. Wenn du mit hier bist, ist das ein immenser Vorteil. Wenn du nicht mit hier bist, kannst du es nie nutzen. Wenn du lernst, dich selbst zu nutzen, um ein Teil davon zu werden, dann läuft das Leben fabelhaft. Das ist alles.